Ein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Ich habe euch erwartet, wenn auch nicht den Verräter Altrues. Elidan. Einerlei. Uns bleibt wenig Zeit. Ich habe den treu ergebenen Akama mit der Planung unserer Kampagne gegen die Legion beauftragt. Er allein kennt alle Hintergründe. Vertraut seinem Rat, wenn ihr erfolgreich sein wollt. Ihr müsst auch den Zagarin-Schlüsselstein zurückerobern, um Legionswelten einzunehmen. Bringt in Erfahrung, wo die Wächterinnen ihn versteckt halten. Wir wurden entdeckt. Ich muss gehen. Ihr werdet nicht wieder auf diese Art mit mir in Kontakt treten können. Die Illidari unterstehen jetzt euch. Azeroth darf nicht fallen. Denkt immer an eine faszinierende Wendung. Ich treffe euch oben. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer... ...Ellidans Seele hat gesprochen. Der Weg wurde offenbart. Ehre unserem neuen Anführer. Illidari, salutiert! Ja, ich bin auf eurer Seite. Es ist und richtet Landalox süße Grüße von mir aus. Seid Vorsicht. Dieser Wichtel hat den Folianten gestohlen. Schnappt ihn! Ein Wichtel! Was geht hier vor? Glaubt ihr, wir wüssten nicht, was ihr vorhabt? Die Illidari halten sich für unantastbar. Die werden sich noch umsehen. Alle! Geh! Dieser listige Wichtel. Er ist nach Südosten geflohen und dann verschwunden. Schnell, setzt eure Geistersicht ein und schaut, ob ihr ihn findet. Ich brenne euch die Kniescheiben weg! Das habe ich nicht nur gezwungen, nicht nur die Müll. Für dich zack, ist das normale Geistersicht beides. Ich spiele Hüge von Hüge zu und schlaufe mich. Und man muss das Geistersicht beides. Soll es in den da von Hüge zu verdienen. Und mit diesen Geistersicht beides du die Kürze in den Känschen. Okay. Okay. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Das ist ein bisschen der Aufwand, dass die Aschenzungen verstehen, dass die anderen zerschlagenen schwarzen Döppeln nicht zu trauen ist. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ich lebe um den Illidari zu dienen. Das Portal ist jeden Moment bereit, Schätzchen. Mein Leben dient einzig dem Unterlichsjahr. Alicia, sorgt dafür, dass niemand dieser Tür passiert. Denkt daran, wir möchten Akama für unsere Sache gewinnen, nicht töten. Ich weiß nicht, was euch zur Rückkehr bewegte, Illidari. Doch es war ein großer Fehler. Diesmal wartet kein Gefängnis auf euch. Nur der Tod. Führt kein Weg darüber. Dann müssen wir ihn durch. Öffnet es! Offensichtlich lasst ihr euch nicht beirren. Also kommt, Illidari. Besiegelt euer Schicksal. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Akama! Seid vernünftig! Lasst uns reden! auto! Azzorot darf nicht fallen! Ach so! Er micro! Giants ist Xゴ, Azzorot darf nicht fallen! Ziel wird der Krug einsetzen. Sehr besser! Wir lassen euch görüşeύer Return eindbaby, Damm! Turtle Gägguna in die Welt werden. Den praise erenses dem Ge hypocerej queast. Öffnet den Himmel! Sagt Dämonenjäger, wie fliegen sich all diese Jahre der Gefangenschaft an? Sagt Dämonenjäger, wie fliegen sich all diese Jahre der Gefangenschaft an? Sagt Dämonenjäger, wie fliegen sich all diese Jahre der Gefangenschaft an? Sagt Dämonenjäger, wie fliegen sich all diese Jahre der Gefangenschaft an? Sagt Dämonenjäger, wie fliegen sich all diese Jahre der Gefangenschaft an? Lasst uns das bald wiederholen. Allerliebst eine Handvoll neuer Champions. Als ob euch das helfen würde. Was für ein armseliger Haufen. Ich habe ehrlich gesagt mehr von euch erwartet. Hier oben. Nun ja, genug der Höflichkeit. Unser Lord Kiljeden, schickt uns euch auszurichten, dass ihr und eure Illidari schon bald der Legion angehören werden. Und euch zu beweisen, dass ihr nirgends sicher seid, auch nicht hier in der Teufelshammer. Hört mich an Illidari. Alle hier Anwesenden sind den Reihen der Legion willkommen. Grenzenlose Macht wartet auf die, die sich uns anschließen. Endlose Peilung erfahren die, die sich widersetzen. Ich hoffe ja, ihr widersetzt euch, sodass diese Kriegsleben in die Hände ihres rechtmäßigen Besitzers zurückfinden. Siss, siss, Varedes. Fair ist fair. Wir treffen uns bald in Fleisch und Blut. Eure Wunsch mag mir befehlen sein. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Es mag uns nicht schmecken, aber die Wächterinnen haben, was wir brauchen. Wir haben schon größere Opfer gebracht. Ich habe alles geopfert. Was haben wir da? Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Ich habe alles geopfert. Ich habe alles geopfert. Ich habe alles geopfert.